Mein Name ist Sven Ilkner, ich bin 29 Jahre alt, bin seit Oktober 2015 bei der Allianz und habe hier meine Agentur gemeinsam mit meinem Vater in Bünditz-Ernberg. Die Allianz legt gerade verstärkt Wert auf die Generation Y, einfach weil die Bestände relativ veraltet sind und da ist natürlich wichtig, dass da auch junge Kunden nachkommen und deswegen eben Generation Y. Wir haben die Möglichkeit in der Kfz-Versicherung bei der Allianz zum Beispiel das Thema Bonus Drive mit einzuspielen. Bonus Drive ist eine Möglichkeit, App-gestützt im Straßenverkehr mehr Sicherheit zu erlangen. Es wird einfach das Fahrverhalten überprüft und je sicherer ich mich bewege im Straßenverkehr, desto mehr Geld kann ich quasi von meiner Versicherung zurückbekommen. Also bei der Kfz-Versicherung legen junge Leute besonders Wert darauf, dass es nicht zeitaufwendig ist. Es muss alles schnell gehen, der Preis muss natürlich stimmen und die wollen trotzdem für den Fall des Schadens dann einen persönlichen Ansprechpartner und all das können wir bieten. Bis zum nächsten Mal.